Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Sulas Geschenk anzunehmen bei Sula in Uldum an dieser Stelle. Vorquest war, ich mache das von Hand. Habe hier mal die Quest angenommen. Und nun sollen wir mit Harrison Jones quatschen an der Bürgerkrippe. Der Weg dahin ist ziemlich weit, deshalb mache ich jetzt eine kurze Unterbrechung und melde mich gleich wieder mit mehr Informationen. Bis gleich. Da bin ich auch schon. Ihr seht, man hat eine gute Aussicht. Und die Quest ist abzugeben bei Harrison Jones. Der sitzt hier auf diesem Panzer. Von rechts aus der dritte und von links aus auch der dritte, also in der Mitte. In Uldum, an dieser Stelle. Hier ist mein Pfeil. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.